Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können und der Titel heißt Haushalter Gottes. Der Untertitel heißt Teil der Familie Gottes. Um in dieses Thema einzusteigen, müssen wir natürlich einen Überblick haben über das, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Gott ist ein Gott, wie wir sehen können, des Fleißes und er ist aktiv. Alles, was er gemacht hat, ist da und tut etwas und das ist nach seinem Ebenbilde gemacht. So muss also die Blume einen Sinn haben für ihre Existenz. Auch die Vögel müssen einen Sinn haben für ihre Existenz. Und der Mensch muss auch seinen Sinn in etwas finden, sonst ist die Existenz alleine sinnlos. Und hier wissen wir, alles wurde gemacht, dass es dem Zweck des Gesamtwohls dient. Nichts ist da, was nicht einen Dienst erfüllt für das gesamte Wohl dieses Universums. So alles wurde nach dem Grundsatz eines Kanals gemacht. Das heißt, es sollte alles in einem Kreislauf funktionieren und damit muss alles ein Kanal sein. Das Grundgesetz sagt, dieser Kanal kann aus sich selbst nicht existieren, weder funktionieren. Er muss also zuerst aufnehmen. Aber er wurde nicht für sich gemacht, sondern um etwas zu tun, nämlich, wie wir gesehen haben, dem Gesamtwohl zu dienen. Deshalb muss alles, was Gott geschaffen hat, einen Eingang und einen Ausgang haben, eine Ursache und eine Wirkung. Und somit muss das ganze Universum, die ganze Schöpfung in einem Kreislauf zusammengebunden sein. Dieser Kreislauf beginnt mit Gott und endet mit Gott. Er ist der Schöpfer und die Ursache aller Dinge. Wenn wir die Schöpfung betrachten, dann sehen wir nur Kanäle. Das heißt, wir sehen nur Wirkungen. Deshalb hätten wir Gott nicht als die erste Ursache, die Ursache, für was alles existiert, dann hätten wir auch das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht. Dann könnten wir nicht immer sagen, alles muss eine Ursache haben. Aber wir wissen das. Alles muss eine Ursache haben. Und Gott ist die Ursache aller Dinge. Und auf die Frage, ja, woher kommt Gott her? Die Antwort ist einfach. Für die Ursache gibt es keine Ursache, sonst wäre sie eine Wirkung. Und das müssen wir verstehen. Gott ist die Ursache und alles, was er gemacht hat, ist die Wirkung. Und jedes einzelne Teil hat natürlich für sich selbst eine Ursache und eine Wirkung. Einen Eingang und Ausgang. Das Nehmen und das Geben, damit alles schön funktioniert. Ellenweit beschreibt in ihrem Buch das Leben Jesu auf Seite 10 im zweiten Absatz, selbst heute noch kündigt die Schöpfung von der Herrlichkeit und Güte Gottes. Nichts abgesehen von dem selbstsüchtigen Herzen der Menschen lebt für sich selbst. Jeder Vogel in den Lüften, jedes Tier auf der Erde dient einem anderen Leben. Jedes Blatt im Walde, jeder bescheidene Grashalm erfüllt einen Dienst. Jeder Baum und Strauch, ja, jedes Blatt gibt von jener Lebenskraft weiter, ohne die weder Mensch noch Tier leben könnte. Und auch Mensch und Tier ihrerseits dienen dem Leben von Baum, Strauch und Blatt. Selbst der Ozean, der Ursprung aller Quellen und Flüsse, nimmt die Ströme aller Länder wieder in sich auf. Doch er nimmt nur, um erneut zu geben. Sehen wir auf Jesus, dann erkennen wir, dass Geben zur Herrlichkeit Gottes gehört. Jesus sagt von sich, dass ich nichts von mir selber tue. Das heißt, man sieht hier, dass er irgendwo nehmen muss. Weiter sagt es im Text, der Vater, von dem alles Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Das heißt, ich nehme von ihm. Ich suche nicht meine Ehre. Das bedeutet, er lebt nicht für sich, sondern die Ehre dessen, der mich gesandt hat. Diese Worte erläutern den erhabenen Grundsatz, auf dem das Leben des Alls beruht. Christus erhielt alles von Gott. Er nahm aber lediglich, um seinerseits zu geben. So wird auch in den himmlischen Vorhöfen verfahren. Das gilt auch für Jesu Dienst für alle Geschöpfe. Durch den geliebten Sohn wird das Leben des Vaters allem zuteil. Über den Sohn kehrt er als Lobpreis und fröhlicher Dienst wieder zum Vater zurück. Eine Flut der Liebe gleichsam, die zum erhabenen Ursprung aller Dinge zurückströmt. Durch Christus wird somit der Kreislauf des Segens geschlossen, das Wesen des Gebers aller Dinge und das Gesetz des Lebens enthüllt. Dieses Gesetz des Lebens ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen. Ich denke, wenn wir das nicht verstehen, dann können wir das Thema der Haushalterschaft nie begreifen. Dann werden wir uns immer irgendwo widersprechen, indem wir ein Thema darstellen. Und es gibt natürlich viele biblische Themen, die einfach dargestellt werden und wo dieses Grundgesetz, wo alles danach funktioniert, ignoriert wird, nicht gekannt wird. Deshalb wollen wir uns in unserem Studium immer auf etwas stützen, was unser Geist nie verändern kann. Und das ist dieses Grundgesetz. Wenn alles in einem Kreislauf funktioniert, dann ist es ja selbstverständlich, dass der Kreislauf eine Energieversorgung hat. Und der Beginn und das Ende dieses Kreislauf ist eben die Energieversorgung. Und ist es jetzt ein elektrischer Stromkreislauf, der uns ja allen bekannt ist, dann muss das die Batterie oder der Stromstecker sein, wo man die Kraft hernimmt. So, wir haben aber auch andere Arten von Kreislaufen in der Natur. Und diese alle müssen jedoch, wie alles physische, unter der Kontrolle eines Koordinators stehen. Das heißt, jemand muss sie geleiten, weil sie können ja von sich selbst nach dem Gesetz nichts tun. Und so nehme ich den Menschen. Wir alle kennen den Blutkreislauf, dessen Beginn im Herzen ist und der sich auch wieder im Herzen schließt. Wir kennen den Verdauungskreislauf, weil es muss ja alles in einem Kreislauf, auch die Verdauung funktionieren. Geht nicht anders. Und dann haben wir natürlich den Fortpflanzungskreislauf. Das heißt, so wie die Fortpflanzung nur funktioniert, funktioniert sie auch nur in einem Kreislauf, der sich jeden Monat, wenn man nur den Zyklus der Frau nimmt, wiederholt. So, all diese Kreisläufe, die wir haben in unserem Wesen, sind von der Führung unseres Geistes abhängig. Ohne unseren Geist wären wir tot. Damit würde auch kein Blut fließen durch unsere Gefäße. Wir hätten keine Verdauung und fortpflanzen können wir uns natürlich auch nicht. So, der Kreislauf muss koordiniert werden. Jemand muss ihn steuern, damit er funktioniert. Und deshalb wollen wir sehen, wie Gott das gemacht hat. In der Versorgung des Universums hat Gott also Schalter eingebaut. Und als die Erde fertig geschaffen war, fehlte Gott, damit die Erde versorgt wird, ein Schalter. Es fehlte der König. Gott hat gesehen, dass alles gut war. Und so sagt uns die Schrift, Sprache, lasset uns Menschen machen in unserem Ebenbilder. Und Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie ein Mann und ein Weib. Das heißt, er schuf den Menschen zum Bilde Gottes. Das steht in Genesis 1, 27. Hier müssen wir ein bisschen verstehen, warum wurde er gemacht. Es steht dann weiter, Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über Fische im Meer und über Vögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden kreucht. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben, allein Kraut und so weiter zur Versorgung. So, hier ist also die der Sinn der Schöpfung des Menschen erklärt. Er sollte König sein. Aber was bedeutet das nach dem Gesetz Gottes, König zu sein? Es bedeutet, ein Schalter zu sein. Das heißt, Gott unterstellt dem Adam die ganze Schöpfung. Er gibt sie ihm als derjenige, der sie versorgen soll. Und dafür ist natürlich der Adam abhängig von Gott. Er holt von Gott, aber jetzt die ganze Erde wird von ihm abhängig gemacht. So, die Vögel brauchen ihn, wie auch die anderen Tiere. Die Pflanzen sind abhängig von ihm. Die Fische im Meer sind abhängig von ihm, wie wir gelesen haben. Und durch ihn geht alles wieder in den großen Kreislauf zu Gott zurück. So, das heißt, diese ganze Erde wurde an einen Schalter gebunden. Der Schalter ist auch ein Kanal. Er gibt auch weiter. Er hat keine eigene Kraft. Aber er hat eine Position im Kreislauf, die ihm die Koordination des Kreislaufs unterstellt. Das ist so das Bild, dass wir es verstehen, was ein Verwalter ist. Er ist ein Schalter, der die Mittel Gottes weitergibt und die werden dann im Kreislauf verarbeitet, so wie wir vorher gelesen haben. So, der Mensch ist der König. Er ist der Versorger der ganzen Erde. Ohne seine Anbindung an Gott wäre die Erde nicht mit der Liebe und der Kraft Gottes versorgt. Somit haben wir die Situation klar, wofür der Mensch geschaffen ist. Und jetzt durch einen unerklärlichen Selbstbetrug denkt der Mensch, wenn er ein Schalter gemacht wurde, er könnte eine Quelle sein. Und wenn er denkt, er könnte eine Quelle sein, er denkt, ich bin Gott, dann braucht er natürlich nicht mehr von Gott zu nehmen. Er ist damit selbst der Beginn des Kreislaufs und alles ist jetzt von ihm abhängig. Damit trennt er sich von Gott und damit ist die Erde von der Versorgungsquelle getrennt. Er ist immer nur noch ein Schalter. Er kann von sich aus nichts tun, aber er glaubt jetzt, er könnte alles und hätte alles unter seiner Kontrolle. Und damit ist das Leben auf der Welt nicht mehr möglich. Nicht nur der Mensch starb an dem Tag, als Adam und Eva sich selbst betrogen und als Folge von der Frucht aßen. Nicht nur der Mensch starb damals, sondern die ganze Schöpfung, die Gott gemacht hatte, die er dem Menschen unterstellt hatte, war jetzt dem Tod geweiht. Weil abgeschnitten von der Quelle des Lebens ist das Leben und das Gedeihen nicht mehr möglich. Und die ganze Erde wäre kaputt gewesen und der Mensch wäre für immer gestorben. Hätte Gott nicht einen Plan gehabt, dass er den Menschen und diese Erde wieder zurückgewinnt. Bevor er aber zu dem Plan kommt, müssen wir verstehen, dass als der Mensch sich erhob und dachte, er könnte Gott sein, wurde er ein Sklave, Satan. Jetzt ist er nicht mehr abhängig von Gott, sondern jetzt ist er abhängig von Satan. Und was diese Abhängigkeit von Satan bedeutet, das sehen wir jetzt nach 6.000 Jahren Geschichte dieser Erde, nach 6.000 Jahren nach dem Abfall des Adams von Gott, sehen wir, wie grausam die Sklaverei des Menschen unter Satan ist. Aber Gott hat schon, bevor der Mensch sich unter Satan stellte, bevor er sich selbst betrug und ein Sklave Satans wurde, einen Plan der Lösung gemacht. Er hat eine Brücke durch seinen Sohn Jesus Christus schon geschaffen und er kommt anstelle des Menschen. Er wird Mensch, um in sich selbst das, was den Menschen betrügt, zu zerstören. Durch diese Zerstörung wird die Herrschaft Satans weggenommen. Das heißt, in dem Moment, wo im Herzen des Menschen, wo in meinem Herzen ich nicht mehr mich selbst betrüge, ich könnte ein Gott sein, fällt auch die Verführung Satans weg. Das heißt, auch wenn er mich verführt, ich bin nicht mehr sein Sklave. Ich bin frei geworden seiner Diktatur. Sehr viele Christen glauben, man wird frei von der Macht Satans, indem man mit Satan kämpft. Nein, wir haben etwas in uns, das uns an Satan bindet, automatisch. Und wir müssen nur diese Bindung, die in uns und von uns aus an Satan ausgeht, die müssen wir unterbinden. Die muss weg. Und dann werden wir frei. Christus hat dieses in sich selbst am Kreuz unterbunden. Deshalb hat er am Kreuz Satan besiegt. Nicht durch einen äußeren Kampf, sondern durch einen inneren Kampf hat er das Ganze für immer weggetan aus dem Herzen des Menschen und ist durch die Auferstehung ein Kind Gottes geworden. Er steht auf von den Toten und damit ist er wieder ein Schalter. Der Mensch ist wiederhergestellt zum Schalter. Damit ist er jetzt wieder mit Gott verbunden. Er ist wieder an die Versorgungsquelle angeschlossen. Und wenn er wieder an die Versorgungsquelle angeschlossen ist, dann ist das Leben auf der Erde wieder möglich. Dann kann das Leben wieder gedeihen. Und Christus wird durch Gott allen Menschen angeboten als Lösung. Jeder Mensch, der auf dieser Erde Verstand hat und der denken kann, dem wird angeboten Menschen aus dem Selbstbetrug seines Herzens. Ein Mensch zu werden, der in der Wahrheit lebt. Jedes Individuum kann in die Gotteskindschaft eintreten. Die einzige Möglichkeit, um aus dem angeborenen Irrtum auszusteigen, ist der Tod am Kreuz und damit bei der Auferstehung die Gotteskindschaft. Und als Gotteskind wird man zum Verwalter. Man kann jetzt wieder die anvertrauten Güter richtig verwalten. Weil bisher, bis man nicht die Gotteskindschaft annimmt, bis man nicht Teil wird der göttlichen Familie, kann man die Güter, die anvertraut worden sind, nicht richtig verwalten. Und wir haben in der Heiligen Schrift ein wunderbares Gleichnis. Es steht in Lukas 15, das ist das Gleichnis, so wie es genannt wird, vom verlorenen Sohn. Und dieses Gleichnis soll uns ein bisschen die Gotteskindschaft zeigen, wie dieser Teil der Familie Gottes funktioniert. So steht ab Vers 11. Und es sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. So zwei Söhne hat der Vater. Und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihm das Gut. Und nicht lang danach sammelten der Jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und da selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Da er nun all das seine verzehrt hatte, war da eine große Teuerung durch desselbige ganze Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselbigen Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, der Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Trebern, die die Säue aßen. Und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viel Taglöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben und ich verderbe im Hunger? Ich will mich aufwachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich als einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel hin um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt in den Himmeln und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid hervor und tut ihn an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringen einen gemäßten Kalb her und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Reigen und rief zu sich der Knechte ein und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist kommen und dein Vater hat ein gemäßter Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund wieder hat. Da war der zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater raus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser, dein Sohn, kommen ist, der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemäßter Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Jesus hat viele Gleichnisse von dem erzählt, was mit dem Menschen passiert ist. Als Adam gesündigt hat, als Adam sich selbst betrogen hat, ist er in diesen Irrtum gekommen. Man, diese beiden Söhne sind nichts anderes als die Nachkommen Adams. Sie versinnbilden diese zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die offensichtlich Gott absagen, die das Gut, das er ihnen zur Verfügung stellt, für sich selbst benutzen. Ja, beide kümmern sich nur um sich selbst. Der eine verprasst es. Er denkt nicht daran, dass er es vernünftig ausgibt oder verwaltet. Für ihn gilt nur der Moment. Und so landet er am Ende, wo alles verprasst war, bei den Schweinen. Er landet an einem Punkt, an der schlechtesten Position, die man haben kann. Und dort, in Hunger und Not, erinnert er sich, wer er ist. Er erinnert sich, dass er der Sohn des Vaters ist. Und dass sein Vater ein reicher Mann ist. Der hat dort auch Diener in seinem Hof. Und er sagt, diese Diener werden vom Vater alle gut behandelt. Warum sollte ich jetzt nicht zu ihm gehen und sagen, okay, ich habe gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber engagiere mich als Tagelöhner, dann wird es mir immer noch besser gehen, wie wenn ich hier bei den Schweinen bin, wo mich niemand nicht einmal füttert. So, dieser verlorene Sohn stellt den Menschen dar, der, ich sage jetzt mal, nur über die Not zu Gott finden kann. Er stellt den Menschen dar, der er erkennt, dass all, was er getan hat in seinem Leben, es hat nichts gehalten. Es ist ganz egal, ob er jetzt reich ist oder nicht. Er hat und ist in eine Not gekommen. Er kann reich sein oder kann sehr krank werden und kann erkennen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und so nutzt Gott diese Not des Menschen, um ihn aufmerksam zu machen, woher er kommt und wer er ist. Der Mensch ist so verloren, dass wenn er nicht in die Not kommt, er nie erkennt, dass er die Güter des Vaters nur deshalb verloren hat. Er hat sie nicht vermehrt. Wir sehen, der Adam sollte sich ja vermehren. Nein, bei ihm sind sie weniger geworden. Ja, es wird alles weniger, wenn ich es für mich benutze. Es geht kaputt, wenn ich es nicht weitergebe. Es zerrinnt mir zwischen den Fingern, weil es nicht nach dem Gesetz verwaltet wird. Und so muss es dahin gehen. Das, was wir von Gott haben und für uns selbst benutzen, geht uns letztendlich verloren. Ganz egal, wo es landet, ganz egal, welche Situation es ist. Alles, was der Mensch für sich benutzt, ist ein Verlust. Er macht nicht Gewinn auf dieser Welt, sondern es geht nach hinten los. Auch wenn es anfangs scheinen möge, dass es sich vermehrt. Nein, wir sehen, wohin wir uns und die Welt gebracht haben. Wir sehen, wie schlimm die Menschheit angekommen ist in Krankheit und Elend und Not und Krieg. Warum? Weil man jetzt die Dinge für sich selbst haben will. Man möchte es für sich haben. Aber Gott sei Dank, dass Gott einen Weg findet zu dem Herzen des Menschen, das betrübt ist, dass sie Not ist, dass es sich erinnert, wer er ist. Gott bietet dem Menschen wieder seine Kindschaft an. Der Vater ist beiden Söhnen treu. Als der Verlorener nach Hause kommt, akzeptiert der Vater nicht, dass dieser Sohn nicht sein Sohn ist oder dass er als Tagelöhner engagiert. Nein, der Vater sagt, dieser ist mein Sohn und er bleibt mein Sohn. In Christus hat uns Gott wieder zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch Christus sind wir mehr nur als seine Geschöpfe. Wir sind seine Kinder. Wir sind in die Kindschaft eingetreten, gezeugt vom Vater. Deshalb ist dieses Gleichnis so schön, weil es stellt Gott den Vater dar und den abgefallenen Menschen, der sich so in zwei Kategorien aufteilt. Das Schöne ist, der Vater sagt in diesem Gleichnis dieser mein Sohn war tot. Tod? Wieso war er tot? Seit wann ist er tot? Nur seitdem er weggegangen ist? Oder ist er tot geboren? Dieser Sohn war tot und er ist jetzt wieder lebendig geworden. Wodurch wird er lebendig? Durch das, dass Gott ihm die Kindschaft gibt. Sagt, du bist mein Kind. Er legt ihm das Kleid der Kindschaft über. Er ist Sohn. Er ist nicht Tagelöhner. Er ist nicht Diener im Sinne dessen, sondern er ist ein Sohn des Königs. Der Vater ist treu diesem toten Sohn, der jetzt lebendig wird. Er war mit Sicherheit tot, als er wegging, weil er hat aus dem Irrtum seines Herzens all die Dinge verprasst und sich für sich in Anspruch genommen, die ja nicht einmal sein waren, sondern des Vaters. Aber Gott erlaubt es den Menschen, dass er mit dem, was er ihm anvertraut, eine falsche Haushalterschaft führt. Er erlaubt es den Menschen, dass er die Güter, die Gott ihm anvertraut, dass er sie kaputt macht, dass er sie verprasst. Wenn nur der Mensch sich erinnern würde, welches das Angebot Gottes ist und wozu er geschaffen worden ist. So, der verlorene Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war tot geboren und er wird jetzt lebendig durch die Kindschaft, die ihm der Vater anbietet. Aber jetzt kommt der zweite Bruder, der zweite Sohn, der Bruder des verlorenen Sohns sozusagen. Wie ist denn der? Kümmert der sich um seine Dinge oder um die des Vaters? Wieso ist er zu Hause geblieben? Wieso ist er nicht auch weggelaufen und hat alles verprasst? Weil offensichtlich wird, dass er eifersüchtig ist auf seinen Bruder, der jetzt alles verprasst hat und auch noch vom Vater angenommen wird. Und er, der treu gedient hat, der nichts Böses gemacht hat, der kriegt nicht mal ein Böcklein, um sich mit seinen Freunden zu freuen, um ein Fest zu feiern. Dieser Sohn ist nicht glücklich. Er beweist aber, dass er auch tot ist. Er beweist, dass er beim Vater nur geblieben ist aus persönlichen Vorteilen. Hätte er so gerechnet, wie sein jüngerer Bruder hätte gedacht, oh, es ist ja besser, wenn ich weggehe und das Geld des Vaters mitnehme und mir mein eigenes aufbaue. Er hat gedacht, nein, es ist doch besser, hier zu sein und für sich selbst zu arbeiten. Das ist die Kategorie von Menschen, die nie auf die schiefe Bahn kommen sozusagen, die aber sehr, sehr selbstsüchtig für sich selbst da sind. Die gehen in die Kirche für sich selbst, die tun Gutes für sich selbst, die verkaufen ihr Hab und Gut für sich selbst. Sie machen keine Fehler für sich selbst, weil sie wollen ja den Lohn empfangen. Sie wollen am Ende sozusagen die Feier nicht verpassen. Sie wollen vom Vater geehrt werden. Aber da können sie doch lange warten, weil mit diesem Zustand des Herzens kann der Vater ihnen nicht sagen. Aber hier seht ihr, im Gleichnis bietet Gott dem Vater, in der Rolle des Vaters, auch diesem älteren Sohn an. Komm, komm und feiere mit. Komm, denn er gibt ihm einen Satz, der uns beschäftigen soll in diesem Quartal. Er sagt, ich finde ihn außergewöhnlich. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alle Zeit bei mir. Was fehlt dir denn? Wieso, wenn du bei mir bist, hast du einen Mangel? Er sagt, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Jesus endet hier das Gleichnis. Es ist ja auch nur ein Gleichnis. Es soll uns etwas veranschaulichen. Es ist nicht eine reelle Geschichte. Die Geschichte hat Dinge, die sollen uns zeigen, wie Haushalterschaft letztendlich funktioniert. Und dass es auf der einen Seite, wenn man die Güte Gottes verprasst, es zu einem offensichtlichen Schaden kommt, zu einer offensichtlichen Offenbarung dessen, was im Herzen ist. Aber noch viel schlimmer ist der Zustand des Erstgeborenen, der zu Hause bleibt, der aber nicht eins ist mit dem Vater, der nicht in Einheit und für den Vater arbeitet. So wie wir gesehen haben, dass Christus hat alles für den Vater getan. Er hat nicht die Ehre von Menschen gesucht. Dieser zu Hause gebliebene Sohn, der offensichtlich ein guter Haushalter ist, ist dennoch ein verlorener Haushalter. So, wen wollen wir mehr bedauern? Um wen geht es wirklich in dieser Geschichte? Geht es um den Verlorenen hier oder geht es um den Zuhausegebliebenen? Nun, beide kommen aus derselben Wurzel. Beide haben diesen Irrtum im Herzen. Und beide arbeiten nur für sich selbst. Der eine sieht den Vorteil hierin, der andere sieht den Vorteil dort. Aber beide suchen sie das Irre. Beide müssen sie eine Herzensveränderung erfahren. Deshalb, der, der in Not ist, erfährt die Herzensveränderung. Er schlägt sich an die Brust. Er sagt, ich muss nach Hause gehen. Und er will auch nicht mehr. Er erkennt seine Sünde. Er erkennt sein Irrtum. Und er wird vom Vater als Kind anerkannt, als lebendiger Sohn. Der andere bleibt offen, die Geschichte. Ob er je erkennen kann, dass er selbstsüchtig für sich selbst dient. Und ich denke, das ist das, was ich hoffe, wir in diesem Quartal lernen wollen. Wir wollen sehen, wo sind denn die Tücken, die uns betrügen, während wir doch nach außen hin als sehr treue Kinder sind, dennoch im Herzen Gott untreu sind. Weil dann, wenn wir uns nicht freuen können über das Gute, was Gott unserem Bruder gibt, der offensichtlich falsch lag, Wenn wir eifersüchtig sind über die Güte Gottes, denen die offensichtliche Sünde sind, dann beweisen wir nur, dass wir, so wie der ältere Sohn, eifersüchtig sind und im Herzen weit weg von Gott sind. Wir dienen zwar nach außen hin, ja, wir sind in allem korrekt. Und dennoch ist das Herz nicht mit Gott. So, wir wollen uns in diesem Quartal, in diesem Bibelstudium, auf diesen Grundsatz ausgedrückt Gottes, der sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Stützen, wir wollen schauen, was das bedeutet und wollen am Ende dieses Studiums als wahre Haushalter angetroffen werden, als die, die als Kinder sein Gut verwalten im Sinne unseres Vaters, weil wir eins sind mit ihm. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Sie ll Sellentisch